Piu Piu Ich zeige Ihnen heute, wie man Kakao zubereitet und trinkt. Zuerst brauchen wir die Zutaten und Materialien. Ein wenig Milch, bunte Streusel, eine Tasse, einen Löffel und die wichtigste Zutat für Kakao ist selbstverständlich. Bilu. Ach und ein bisschen Kakao drüber. Zuerst füllen wir die Tasse mit dem Kakaopulver auf. 1-3 Löffel sollten im Normalfall genügen. 2-3 Löffel So sollte es am Ende aussehen. Jetzt fügen wir ein Häufchen hinzu. Ob Bilou, vom Hund oder von ihnen, bleibt ihnen selbst überlassen. Jetzt brauchen wir die Milch. Diese schütten wir in die Tasse, bis die Tasse voll ist. Riechen sie es schon? Fantastika. Zum Schluss auch die Streusel drauf und dann umrühren. Sieht auch sehr lecker aus. Boah, Appetit. Alles gut, liegst du schon wieder hier? Jetzt hast du aufgegeben, ne? Wie viele Likes braucht dieses Video, damit ich noch eins mache? 50.000? Schaffen wir. Easy, ne? Easy. Hand drauf. Hand drauf. Hand drauf. Hand drauf. Hand drauf. Ah! Er greift mich an! Was soll ich zu tun? Spaß! Spaß! Weißt du doch, hm? Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!